Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und ja, nicht falsch geguckt, wir haben das Jahr 2023, August, und die Razorcrest ist aus dem Jahr 2022, war da das große UCS-Modell aus der Star-Wars-Serie von Lego, ist bisher, glaube ich, immer noch das siebtgrößte Lego-Set, was die Teileanzahl angeht bisher und liegt mir jetzt endlich vor und ich konnte sie jetzt endlich bauen. Nun, das dankenswerterweise dank eines Rezensionsexemplars von Lego. 6187 Teile befinden sich hier in diesem Karton, der ein bisschen kleiner aussieht, als er bei dieser Teilezahl vermuten ließe. 600 Euro sind es, die man dafür zahlt, zumindest bei Lego selber. Es gibt Händler, die dieses Set auch führen. Ich habe gesehen, so Lucky Bricks 560, aber pro Shop, als ich das hier einspreche, 439. Keine Ahnung, wie das zusammengeht. Zum UVP ist es immerhin ein Zeilepreis von unter 10 Cent und wie gesagt, ich habe es als Rezensionsexemplar bekommen. Wir packen in dieser Folge erstmal aus und gucken uns mal die Hälfte des Bauens an. Zweite Hälfte, Bauen und Fazit, kommt dann im zweiten Teil. Apropos zweiter Teil, es sind zwei Kartons, die auch noch mal nicht einfach so weiß daherkommen, sondern schön bedruckt mit ein paar Szenen aus dem Mandalorianer. Der heißt Mandalorian, also einer Serie, die auf Disney Plus läuft und nicht nur gute Kritiken eingefahren hat, sondern auch mir gefallen hat. Insbesondere die erste Staffel mit Grogu, den sehen wir da. Und der hieß ja mal Baby Yoda, aber das haben wir ja inzwischen wieder vergessen. Jo, wir gucken mal rein in diese zwei Kartons, die so schön bedruckt sind, die ich so zärtlich einmal gerade eben noch mal gestreichelt habe. Dann werden sie einfach mal brutal ausgekippt und wir sehen, es ist für jeden der beiden Kartons ein eigenes Anleitungspäckchen dabei. Das sieht man jetzt noch nicht. Verrate ich einfach mal, dass es so ist. Viel Grau, ein bisschen Gelb. Das heißt, man darf also ein bisschen Farbliches dann dazwischen noch erleben. Aber ansonsten ist es einfach ein großes Raumschiff, das ja, ich will nicht zu viel spoilern, also später ja in Staffeln nicht mehr so häufig vorkommt. Und ja, wir gucken auch gleich mal, ob da noch irgendwelche Sticker zu finden sind. Ja, ich spoilere auch hier. Ja, ein Stickerbogen ist dabei. Er hält sich aber in Grenzen. Er bietet so ein bisschen Außendeko fürs Raumschiff und vor allem das Schild war zu dem Zeitpunkt noch mit Sticker versehen. Das ist ja fast noch eine Besonderheit, weil da wurde ja schon angekündigt vor einem Jahr, das hatte ich ja hier auch berichtet, auf der Pressekonferenz zu diesem Modell, dass das mit den bedruckten Schildern ab demnächst dann kommen wird. So gesehen ist dieses Set, das es nicht bedruckt hat, ja quasi schon eine Rarität. Wir sehen hier in der Anleitung, in der ersten gibt es einiges an Infos zu dem Raumschiff, zu dem Modell, bis hin dann auch dazu, wo da Details sind und wo man es denn anfassen darf. Gerade eben sahen wir da auch schon Designer, da hatte ich ja letztes Jahr auch schon ein kurzes Video mit denen gemacht. Siehste, bitte ein bisschen weiter außen anfassen, nicht zu nah unten, sonst ist wohl schlecht. Vier Anleitungshäftchen sind es übrigens insgesamt. Und das Witzige ist, beim Bauen macht so der Hälfte, also wenn man den ersten Karton durch hat, denkt man sich, eigentlich bin ich durch fast. Was kommt denn da noch so viel, außer bunten Teilen? Ja, nö, da kommt noch was. Aber das ist dann Thema nachher vom Fazit da, das unbedruckte Schild. Ältere Generationen werden sich da gar nicht mehr daran erinnern, dass es mal sowas gab. Ja, dann gucken wir doch noch mal hier in die zweite Anleitungshäftchen rein. Und auch dort sind es dann zwei Büchlein. Im Prinzip kann man da tatsächlich auch mal arbeitsteilig bauen, weil sich dort dann Teile befinden, die wie hier zum Beispiel großen Triebwerke, die einzeln gebaut werden und draufgelegt werden, wie auch diese Elemente. Also da kann man tatsächlich ohne das Großmodell dann arbeiten und die später dann noch draufsetzen. Das ist dann das Letzte, da kommt dann das Schild, da kommen auch die Minifiguren noch zwei. Der gute Mendelorianer, der kam schon ganz am Anfang. Und das sehen wir nämlich gleich, wenn ich mal das Bauen schon mal ein bisschen hier ausbreite. Man fängt nämlich an, Überraschung, Überraschung, mit einer Grundplatte von dem Schiff. Das Schiff selber hat übrigens eine Länge nachher von über 70 Zentimetern. Und das ist, finde ich, nochmal ganz interessant. Werden wir jetzt sehen, dass da so ein paar Details dazu kommen. Das nächstgrößere Set ist der 8080. Der hat allerdings auch nur wenige Teile mehr, kostet aber gleich 250 Euro mehr. Also eigentlich ist er für Lego-Verhältnisse gar nicht so teuer. Und das ist bunt, ein bisschen bunt. Das sieht man aber nachher zum Glück gar nicht mehr. Da vorne wird dann auch noch was draufgelegt. Da sehen wir schon so ein bisschen diesen Cockpit-Teil, der auch nochmal dann ein weiteres Stockwerk bekommt. Und es baut sich wirklich nett. Also da ist wenig Wiederholendes. Und es sind durchaus auch ein paar größere Teile. Und viele, viele dann auch Details, die dann auch im Inneren drin sind. Die man, glaube ich, vor allem eben tatsächlich erst mitkriegt, wenn man sie denn auch baut. Und da sind dann auch, na gut, da sehen wir natürlich auch so einen Helm schon mal, so einen kleinen Tornister da. Aber auch, dass da, sehen wir, so kleine Schüsselchen und so. Und auch dann, wenn man nachher so ein paar Sachen dann zubaut, da sind immer noch Details dann drunter. Da hat man wirklich viel Liebe, wie ich finde, in dieses Modell reingesteckt. Dass er nicht einfach nur so ein grobschlichtiger Razorcrest in groß ist, sondern eben auch viele kleine Anspielungen haben soll. So, da sehen wir hier immer noch frisch vom Küchentisch. Ein bisschen Super Mario, aber das nur so als kleine farbliche Accessoire. Mein Sohn hat auch gebaut. Apropos farblich, da ist ein bisschen Farbe. Da sehen wir jetzt schon, das ist der Teil hinten, wo dann auch diese Klappe sein wird. Da sehen wir sie schon. Da können wir so ein bisschen aufklappen. Und dann können wir sogar noch was vorklappen, damit es dann auch mit dem Reinfahren oder Reingehen sehr bequem reingeht. Ja, auf der Webseite steht was von Hydraulik. Nein. Aber es geht zumindest sanft. So, guck mal hier. Da sehen wir jetzt die Front, die auch schönen Details hat. Und das Cockpit, das mehr und mehr jetzt auch wächst und mit Anzeigen versehen ist. Hier viele von den gelben Strichen, die wir da sehen, die sind noch gebaut. Also da kommt allerdings dann auch schon ein Aufkleber dazu. Und da merken wir schon wieder, das Grau des Aufklebers passt nicht hundertprozentig zum Grau des drumherum gebauten. Dann hier kommen die Füße. Das ist ein bisschen hakelig, fand ich, weil man dann das relativ große Mittelteil ja schon hat. Und dann dieses, ja, so schief hinstellen muss, um die dann so ranzuklicken. Es geht, aber es war ein bisschen blöde. Noch blöder war das Teil dann auf den Kopf zu stellen. Man muss an den richtigen Stellen anfassen, um dann die Füße noch drauf zu setzen. Und gut, da fallen die etwas lockeren Sachen drinnen auch mal ab. Jetzt kein Riesenproblem, 30 Sekunden wieder drauf, aber muss man dran denken. Hier sehen wir, auch ganz interessant gebaut, dass nämlich dieser Waffenschrank einfach nur hier reingelegt ist hinten. Dann wird es oben verschlossen, damit das Ding auch nicht weiter wackelt, sondern fest hinten sitzt. Und dann haben wir tatsächlich in einer sehr engen Bauweise hier den Waffenschrank, der dann dahinter sich befindet. Oder hier dieses Teil, was, glaube ich, eher so ein Bett oder sowas darstellt, was dann einfach nur da so drüber dann auch ist. So auf so ein leicht Schienen ist übertrieben. Aber was man da einfach so drauflegen kann. Also ich sage ja, es ist auf mehreren Ebenen wirklich spannend gebaut und viel Interieur. Selbst ein Modeler-Building hat teilweise nicht so viel, fand ich. Da oben, da muss ich nochmal nachlesen, was das jetzt für eine Anspielung ist da mit diesem Zeichen da, dieses gelbe. Ah, aber das kriege ich noch raus. Das ist der Vorteil, wenn man erst ein Jahr nach dem Erscheinen dann das Review macht. Man hat viele Quellen, aus denen man schöpfen kann. Und hier sehen wir übrigens die Carbon-Gefrierkammern. Auch zwei schon belegt, einer kommt später noch. Und das ist dann hier so das obere Stockwerk. Da sitzt auch Grogu da schon mit auch so einem kleinen Durchgang, der auch cool gebaut ist. Ich finde dieses Rot auch schön. Ich weiß nicht, ob es authentisch ist, aber Rot passt. Dieses Weinrot ist was Schönes. Das setzt man einfach nochmal drauf und hat dann hier jetzt wirklich noch ein größeres Cockpit mit entsprechenden Plätzen. Das kann man einfach wieder rausnehmen. Und dann kann man an den unteren Teil ran. Also hat so ein bisschen was so Caravan-mäßiges, so ein Wohnwagen. Ja, man baut nachher dann, um dann nach und nach die weitere Fassade aus außen und oben rum hinzubekommen, einzelne Elemente, die dann rangeklickt werden. Also hier dann einfach da an zwei Stellen rangemacht werden. Da sehen wir es. Das macht es natürlich fürs Zerlegen auch einfacher, indem man, wenn man es weiß, an den richtigen Stellen das Ganze wieder auseinander nimmt. Und dann, ja, relativ platzsparend das Teil wahrscheinlich. Ja, es geht. Weil der Mittelteil so richtig auseinandernehmbar ist er nicht. Also zumindest einige Teile muss man dann nicht komplett zerlegen und kann sie so in die Schachtel wieder legen. Ja, da ist es ein bisschen Buntes. Aber ich sage ja, das sieht man nicht, wenn es drauf sitzt, weil das legen wir eigentlich mehr oder weniger nur drauf und haben dann auch dort, da sehen wir es, eine schöne Verkleidung, die man aber sehr einfach dann auch abnehmen kann, um das Innere den Gästen, die dann zur schmachtenden Anschauung sich dann das Ganze zu Genüge führen, dann auch präsentieren zu können. Hier, das sind weitere Elemente, die jetzt, jetzt sind wir nämlich schon bei Karton 2. Da bauen wir zum Beispiel hier diesen Mittelteil und auch dieses Teil, die werden dann einfach draufgelegt und so baut es sich dann nach und nach fertig. Apropos fertig. Wenn fertig, dann gibt es hier auch das fertige Modell mit dem Endreview, während wir hier jetzt schon die großen, das große Mittelteil finden, sehen die ersten Anfänge von den Maschinenblöcken, die dann da nachher drankommen. Also ja, ich verweise auf die nachfolgenden Sendungen, obwohl jetzt kommt erstmal Lego Masters und dann sehen wir uns spätestens danach wieder. Also bis denn und tschüss.